Hallo meine Lieben, und ihr habt ja vorhin schon die Swatches zu der Palette gesehen. Zur Huda Beauty Desert Dusk Palette. Und jetzt schminke ich euch den Look zu der Palette. Ich zeige ihn auch nochmal. Da ist sie. Genau, wunderschön. Also ich werde heute versuchen, schauen, ich hätte Lust wirklich auf die Farbe. Ich hätte Lust, also hier, die reizt mich. Seht ihr wie schön? Und die reizt mich. Also wenn man auch reinguckt, die hat sehr, sehr, sehr starke Glitzerpartikel. Aber bevor wir anfangen, nehme ich den, ja so sieht man das. Das ist von Love, den habe ich aus meinem Haul. Das ist dieser Primer für die Augen. Genau. Davon gebe ich mir ein bisschen was auf die Hand. Und trage ihn gleich auf. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe den jetzt auch in den Haaren, weil ich gerade einen Pinsel gesucht habe. Jetzt sind auch meine Haare geprimed. Ist doch auch mal was Schönes. So, den gebe ich komplett aufs ganze Augenlid. Also da möchte ich wirklich heute eine gute Basis schaffen, um einfach, weil wir, wie ihr gesehen habt, so starke Farben hier drinne haben. Also wirklich diese Glitzerigenfarben drinne haben. Und da möchte ich doch schon eine gute Base auf dem Auge schaffen, weil ich weiß nicht, wie pigmentiert die sind. Ich habe nur Gutes von der Palette gehört. Aber falls die ein bisschen schwächer pigmentiert sind, dass man meine Äderchen nicht so stark raus sieht. Also dieser Perfectitude Primer von Love, der deckt bei mir auch wirklich gute Äderchen ab. Er creased auch nicht, also er geht auch nicht bei mir in die Falten rein während des Tages. Man muss ihn natürlich wie jeden Primer immer setten, damit er auch da bleibt wohl bleiben sollte. Aber bei mir kummelt er nicht, macht seinen Job. Aber was gut ist, er hat fast, er ist ein Ticken dunkler als meine Hautfarbe. Seht, er geht so ein bisschen ins Gelbliche rein. Aber das ist für mich gut. Dann setten wir den wieder mit meinem Lieblingsblendingbrush, den Sigma, diesen Puscheligen. Und das mache ich mit der Farbe Desert Sand. Das ist die Farbe hier. Das ist auch die hellste Farbe aus dieser Palette. Und ist so ein ganz, ganz helles, mattes, ganz helles, mattes Braun. Also wirklich sogar heller als der Primer. Das Setten machen wir auch einmal mit dem Sigma E60. Das funktioniert, glaube ich, besser. Und wir damit einmal setten. Wir machen das aber natürlich mit der Seite, wo wir kein Dix haben. Jetzt können wir nämlich mit dem E40 eingehen. Und einmal so über das komplette Lied drüber, drunter. Wie immer abklopfen, nicht vergessen. So, wenn wir das gemacht haben, man sieht, kein Unterschied. Gehen wir in Mask ran. Das ist die Farbe direkt daneben. Das ist die hier. Genau, das ist Mask. Das ist dieser dunklere Braunton. Gehen wir auch wieder mit dem E40 rein, um einfach das ein bisschen dunkler, intensiver zu gestalten. Also wir werden heute auch eine Cut-Crease ziehen, beziehungsweise eine Halb-Cut-Crease, weil ich möchte diesen glitzerigen Tönen heute echt eine gute Chance geben zu gucken, wie sind sie denn. Und ich glaube, auch die Palette bietet sehr viele Möglichkeiten, was Glitzer angeht, was Varietäten angeht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es traumhaft schön ist, wenn man jetzt einfach zum Beispiel Twilight, also diesen lila Ton hier nimmt. Schaut mal, wie schön der ist. Also der ist wirklich lila-blau-stichig und den einfach so. Das reicht eigentlich schon. Also das reicht wirklich schon so einfach. Ich versuche jetzt natürlich eine perfekte Base dafür zu schaffen, um einfach das Auge und Poto ein bisschen knallen zu lassen. Dafür baue ich jetzt gerade Mask. Ich bin noch immer in Mask dran. Baue ich natürlich Mask sehr gut auf, damit es auch schön dunkel ist. Wettmaske gleich auch mit Ember und Out ein bisschen intensivieren. Heute würde ich mal nicht so ins rötliche gehen, sondern wirklich mehr ins braunstichige reingehen. Und genau, die Farben, die ich benutze, blende ich euch entweder hier oder hier ein. Das wisst ihr ja, auf welchem Pinsel ich benutze, damit, wenn ich zu schnell für euch spreche, hier ihr auch noch wisst. Und ich klicke mir hier, was ich genau benutze. So. Schaut mal. Ich finde die Farbe schön. Also Mask ist wirklich so ein neutrales Braun. Im Licht kann es sein, dass das nicht so rauskommt. Aber ich finde die Farbe so für den Alltag. Ist wirklich schön, weil sie fällt einem nicht an. Sie fällt einem auch nicht ins Auge. Also sie fällt nicht sehr auf. Sie ist sehr zurückhaltend, die Farbe. Man muss sich schon um diese Intensivität, wenn ihr seht, wie oft ich schon rein rausgegangen bin, schon richtig aufbauen, damit man die Farbe bekommt. So, jetzt gehe ich in den Zoeva 228. Das ist dieser hier. Und gehe in, wie gesagt, in Outch rein. Erstmal in Outch. Das ist hier dieser dunkle Braunton. Weil ich möchte nicht so heute, ich hatte ja in den letzten, allein mit der Cherry Palette hatte ich ja so einen intensiven Rotlook. Heute möchte ich es, glaube ich, schon ein bisschen dezenter halten, wenn man das dezent nennt. Und mehr ins Warmbraun da rein. Visit Farbe ist da. Also Out ist nicht is da. Also Out ist nicht Out. Out ist eher in. Und Out hat auch, wenn ich das jetzt so ins Licht halte, ich benutze mal, damit euch der Spiegel da nicht blendet, wenn man das sieht, hat Out ganz leichte Schimmer. Ich glaube, das sieht man jetzt gut in diesem Licht. Also, der Sozent Mask Eden und Amber, also diese hier, sind komplett matt mit den beiden. Aber Out und auch hier der Liderton, die haben schon Glitzer. Also das habe ich jetzt auf dem Auge erst gemerkt mit dem Licht auch. Weil heute habe ich ja nicht das natürliche Licht, sondern meinen Scheinwerfer an. Und beim Out wirklich Vorsicht sein, weil, schaut mal, ich bin auch nur reingedippt. Also wirklich, ich gehe so rein. Also wirklich, da. Und ich bekomme diese Farbintensität. Und ihr seht, wenn ich klopfe, kommt da nichts Pudriges runter, sondern es bleibt auf dem Binsel. Und wenn man dann ganz vorsichtig reingeht, sieht, da. Pigment ist da. Deswegen arbeitet. Also wirklich, dippt noch vorsichtiger rein, als ich es getan habe. Weil wie ihr seht, hier war ich leider zu stark im Pigment drin, dass ich das jetzt wirklich sehr stark auf dem Auge habe. Und jetzt auch versuche, irgendwie Out auszublenden. Und irgendwie damit zu... Aber es funktioniert. Also was mich halt stört, ist, dass man an der Palette jetzt, ist, dass man leider kein dunkles, tiefes, also Out, keine dunklen, tiefen Farben hat, um einfach hier das Augenlid zu vertiefen. Weil wenn man... Also ich hätte gerne noch so... Entweder so ein tiefes Braun, was wirklich matt-matt ist, oder ein Schwarz, wie das viele Paletten haben. Um einfach das Lid zu vertiefen. Ich habe jetzt das Problem mit Out, dass halt mein Lid schon glitzert. Also ich möchte eigentlich das Lid eher matt-zurückhaltend halten. Also schon so... Aber eher zurückhalten. Aber das klappt leider nicht, weil Out schon Farbe hat. Jetzt gehen wir in Saffron rein, also Saffron, also Saffron, hier unten, dieser Rotton. Auch wenn ich irgendwann ins Rot gehen möchte, ich habe nämlich nur die Wahl zwischen der Farbe, die ist auch orange-rötlich, und hier. Und hier seht ihr, jetzt ist es orange. Also ich gehe in Saffron, das ist sehr dunkles Rot, um einfach das Lid nochmal zu vertiefen. Schaut mal. das ist doch unglaublich. So, also gehen wir zu, wir sind jetzt den Saffron drin, also diesen dunklen Rotton, um einfach das Lid nochmal Dimension zu geben, nochmal Tiefe zu geben, um einfach dieses Braun, was wir jetzt haben, zu vertiefen, zu verdunkeln, um unserem Auge einfach noch mehr Dimension zu verleihen. Ja, was mich jetzt halt wirklich stört ist, man sieht es, wenn ich mich bewege, alles glitzert, und das liegt wirklich an Out. Und ich sehe auch, Saffron, das macht, äh, glitzert. Das heißt, was mich jetzt wirklich stört ist, ich habe hier vier matte Töne, ne, drei, zwei, zwei matte Töne, die relativ hell sind, der Rest ist glitzrig. Also das finde ich halt wirklich schade, weil man schafft, man sieht in diesem Licht halt wirklich sehr gut, wie bei mir jetzt das ganze Lied einfach mal nur so glitzert. Also das finde ich echt schade, da hätte man wirklich mehr Auswahl an matten Töne haben können, aber, wie man so schön sagt, das Leben ist kein Pony. So, jetzt gehe ich noch mal mit den 228 von Zoeva rein, da ist er kein, ich habe keine neue Farbe, um einfach diesen bisschen, diesen Übergang, den ich geschaffen habe, ich nutze auch keinen Druck, ihr seht, ich halte leicht in der Hand, um einfach diesen Übergang zu schaffen, um einfach auch jetzt, ähm, den roten, den ich hier habe, also um mit Out zu verbinden, dass wir keine harten Kranten haben, wenn das Ganze nicht ist. Also ich finde es wirklich schade, dass wir keine wirklichen mattentöne haben. Dann gehen wir noch mal in Doss It's Shine, das ist dieser, hellste Farbe, ich zeige es euch auch gerne noch mal. Hallo meine Lieben, leider habe ich nicht gemerkt, wie die Kamera auszusehen ausging. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr geguckt habt oder nicht. Auf jeden Fall, was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, mit diesen Liner von 183 Tagen, der jetzt neu in DM ist, hier eine Line zu ziehen. Ich muss euch sagen, das Ding ist dafür echt ungeeignet. Erstens, er ist nicht präzise, er, man kann kaum zeichnen, er trocknet sehr schnell, außerdem ist es gefühlt 40 Mal da rein. Ich hoffe, ihr habt das missgeschickt nicht gesehen, ich habe es nicht aufgezeichnet, ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich dann den Look gerettet, indem ich halt den mit Blazing verblendet habe, diesen Liner, und dann noch mal in Cosmo reingegangen bin. Also, ihr seht, Cosmo ist echt gigantisch, wunderschön, und Cosmo ist leider jetzt in meinem ganzen Gesicht. Jetzt werde ich mir noch die Wimperntusche mit der Verbindenmoscara von Love, die habe ich ja euch in meinem Haul gezeigt, und bin gleich wieder für euch da mit einem kurzen Review, wie ich die Palette finde, und versuche hier ein bisschen meinen kosmonautischen Begleiter wegzumachen. Bis gleich. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, ich muss gerade noch gucken, ob die Kamera wieder mitdacht. Also, was kann ich zur Desert-Ask-Palette sagen? Die Swatches, habt ihr gesehen, die waren gut. Aber, sie ist halt sehr glitzerig, also die würde ich wirklich als zweite Palette, also wenn ihr nur so eine Grundpalette habt, mit erdigen, neutralen Tönen, würde ich euch echt empfehlen, die dann zudem. So, jetzt kommen wir, aber ich habe ja noch von Huda Beauty, habe ich euch gezeigt, dieses Lip Kit, probieren wir es mal so aus, wie es hinten steht. also erstens, wir sollen uns den, oh, wenn man das rauskriegen würde, wartet mal, so eine halbe Stunde, es geht, ach, jetzt habe ich den. Okay, wir sollen uns das erst mal die Lipen kornen, hoffentlich, es soll, war auch alles im, oh, der Lip Liner ist echt schön, ganz weich, gibt gut Farbe, weil ihr seht, so, ne, hier ist es nicht. Sollte vielleicht beim Lippenkonturenziehen nicht so viel reden, sonst habe ich den, glaube ich, ich denke, genauso wie Cosmo, überall. So, so. das ist der Lip Liner, RIPA, und dann gehen wir in Nummer 2 rein, das ist ein Lip Gloss, die stelle ich euch auch in dem Vorstellungsvideo immer vor, das ist die Farbe Spice Girl, ist dieser ganz dunkle Brau, ein bisschen Ticken zu dunkel. Aufkassieren davon, ist der lecker? Und so, so eine vanillete Note, und dann soll man noch einmal Highlighten mit Minus. So, jetzt kommt mein Lieblingspinsel, der immer für sowas geeignet ist. ähm, und dann aufhine. Also, ich muss sagen, die, 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 ähm, Lippenstifte, die Liquid Lipsticks, die fühlen sich super an, die, ähm, die, äh, die Lidschatten, ließen sich gut verblendet, also hier seht ihr auch den fertigen, Look. Hier sieht man leider noch diesen Gold Eyeliner, das tut mir leid, das war eine Katastrophe, ich hab's ausprobiert, gemerkt. Shit. Ich würde erstmal sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ihr mehr Looks mit der Desert Dusk Palette haben möchtet, einfach Däumchen nach oben, oder einfach in die Kommentare, äh, ich hoffe, euch hat's gefallen, Däumchen nach oben, würde mich freuen, und, ähm, könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, und einfach die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos habt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, tschi, tschi. Tschüss. 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 Vielen Dank.